So, da wären wir wieder. Wir sind nicht da, wo wir das letzte Mal waren. Denn mir fällt gerade ein, dass der Typ hier gar nicht ist. Ja. Das ist nämlich ganz so anders. Der Typ ist da unten, und zwar tot. Und die Suchenden haben mir das Amulett abgenommen. Ich wusste doch gleich, dass es da unten richtig ist. So, wir werden erstmal gucken, dass wir die nochmal irgendwie umlegen. Ich stelle mich einfach hinter den. Rede dann mit dem, dass ich denke, dass ich den Typ mit dem langen Schwert... Was macht... Oh, langen Schwert. ...dass ich den Typ mit dem großen Schwert umlegen kann. Tu das! Das macht dich fertig! Oh, Mann! Kann nicht so schwer sein, ja. Oh, Mann! Mann! Piss dich! Ich muss erst den anderen... Oh, Mann, oh! Oh, Mann! Okay, das wird nichts. Ich lasse die einfach... So ein dämlicher Mistkerl! Ja. Jetzt werden hier sehr, sehr viele Suchende kommen. Ich hoffe mal, dass die alle einzeln auseinanderstehen. So genau weiß ich jetzt nicht mehr. Denn zwei auf einmal könnte es schwer werden. Sehr schwer. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Denn die Feuerbälle sind zu stark. Ja, so sieht es aus. Oh, wo ist das denn nahe hier? Okay. Mal gucken. Vielleicht beschwöre ich mich ja noch eine kleine Hilfe. So, wo sind denn alle? Okay, Goblin. Scavenger. Okay. Mehr sehe ich gerade nicht. Ja, da ist ein Suchender. Okay. Hier sind wir jedenfalls richtig. Okay, das könnte schwer werden. Und ansonsten muss ich mal, wenn ich es nicht schaffe, mal ein... Ich habe echt eine scheiß Rüstung im Moment für das hier. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich mir einen Dämonen beschwören. Oh ja, die gehen jetzt schon... Oh fuck. Ja, das ist... Oh ja, ich schieße ihn auch noch mit Blitzen. Oh, doch nicht. Oh Mann. Wer zieht euch? Ja, ich schieße schon nicht genug drauf. Ja, hui. Hier, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Help me. Man darf halt nicht alles glauben, was man... Okay, fd-fd-fd-fd-fd-fd-fd-fd-fd. Ja, dann gehe ich mal wieder hin, ne? Bis gleich. So. Jetzt brauche ich irgendeine Hilfe. Ich muss mal gucken. Was ist das denn für ein Zauber? Feuersturm. Mal gucken, was der so anrichtet. Suchender. Suchender. Ja, das... Oh, ich habe den Goblin getroffen. Oh, das geht's nicht. Tacke. Ah, zieh doch die Waffe. Okay. Jetzt darf er nur nicht mehr zum Angriff kommen. Ah, komm schon. Sterb. Ich habe nicht abgespeichert. Oh, das sieht gut aus. Der hängt im Baum. Oh, was für ein Dreck. Oh, nein. Neuer Versuch. Oh, Mann. Okay. Oh, nee. Wo bin ich? Oh, nee. Da bin ich abgespeichert. Hö. Okay. 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 Ich glaube, wir gehen jetzt mal ein bisschen nach links. Sonst muss ich gleich wirklich mal in Dämonen... Okay. Ein paar Blutfliegen. Ich weiß eigentlich nicht. Hier stehen so viele. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt einfach durchrennen. Ja, ich will... Ich will... Ich will... Mach das jetzt mal. Ich nehme jetzt einen Snapper-Kraut und dann renne ich einfach durch. Wuhu. Sparta. Oh, nee, nee. Ja. Super. Damit dürfte die Wirkung von meinem Kraut auch wieder zu Ende sein. Okay, doch nicht. Ja, ja, Mann. Sparta. Ja, sprecht mich alle an. Oh, ist super. Ui. Sprecht mich an. Oh, Gönnus. Oh, jetzt muss ich wegrennen. Okay, ich nehme doch lieber ein Dämon. Okay, ne, mit dem ersten Typen links spreche ich. Ja, ich... Warte mal, ich habe keine andere Idee. Ich spreche mit dem Typen, das bringt mir erstmal Erfahrung. 500. Speak with me. Oh, nee, nee, jetzt habe ich die Blutflüger noch gesehen. Oh, sie... Ihr, ihr... Ja, super. Ach, nee, das ist doch alles scheiße. Okay, ich sehe schon, das wird mir jetzt auch machen. Wie soll ich das machen? Ah, ich will jetzt nicht jahrelang hier vergolden. Ich nehme jetzt meinen scheiß Dämonen. Vergolde ich mir auch. Aber halt... Auch wenn es so zwei im ganzen Spiel gibt. Aber für irgendwas muss ich die ja nehmen. Okay. Wo ist der? Da hat Dämonen. Acht. Mann, ich will aber mit ihm reden. So, jetzt muss ich irgendwie wegrennen und den bespüren. Okay. Ja, 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 okay. Huh. Oh, nö. Dämono. Yeah. Mach kaputt, mach kaputt, mach alle kaputt. Mach kaputt. Mach kaputt. Oh Gott, oh Gott, macht kaputt, ja, brav fürs Dämonen. Ihr werdet mich jetzt am Arschlecken. Oh ey, 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 das mag ich nicht. Nein, mein Dämonen hängt im Baum, das gibt's doch nicht. Dämonen, hängt ein Baum fest. Oh Gott, dammit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Let's kill den doch. Okay, Dämonen, weiter. Weiter, bevor du weg gehst. Komm schon, ne, ne. Was, hier gibt's noch mehr? Hier, Fischfleisch, uh. Attack. Ja. Oh, Motherfucker. Pff, der hat schon gerade wer draufgegangen. Ach, der hat so viel Leben, der geht niemals drauf. Oh, das lass ich den mal machen. Ich hab Angst auch drauf zu gehen. Nein, vielleicht hol ich noch einen kleinen Feuerzauber drauf. Aber das ist jetzt sowieso nichts. Ja. So, mach mir das. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das ist doch... Oh, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Wie kann er denn jetzt auch mal draufgehen? Okay, einer. Ich hoffe mal, wie viel energiert er noch? Oh, der ist ja tot. Okay. Das... Oh, noch einer. Ja. Na, das ist ja super. Oh Gott. Oh Gott. Ich spare hier mal ab und dann... Renni schloss. Oh Gott. Warum? Warum? Ogenos. Yeah. Ogenos. Ogenos. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Damit wären wir denn. Ja. Damit hätten wir jetzt, und dann sehen wir uns gleich in der... Ja, das ist nicht die Stadt, aber... hier müssen wir auch vorher hin. Oh Gott. Ich komme aus Minita, ja. Schon bisschen älter. Ah, jetzt habe ich auch noch eine Ruhe. Ich bin gekommen, das Auge Innos... Oh, hä? Ok. Ich hatte den Questing wenig an. Äh, hallo? Ah, hier. Ja, ja. Die wollen es wieder reparieren und dazu muss ich jetzt zu Vatras und zu Xardas. Die müssen nämlich mitmachen. So, jetzt, oh, erstmal Besessenheit, Besessenheit heilen. Wir sind jetzt vollerweise besessen. Gut. Hier hast du das. Hier. 300! What the fuck? Ah, scheiß. Okay, egal. Bogen, äh, Schwert, bezeichnet trotzdem noch irgendwie ab. Also, jetzt gehe ich in die Stadt. So, kurz reden. Dann müssen wir auch mal wieder aufhören mit dem Video. Oh, bitte sagen wir es jetzt aufnehmen. Oh Mann, ich kann auch nicht aufgenommen. Okay, das nächste Mal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses Auge. Wir gehen das nächste Mal jetzt in das Tal. Also, die Erdenwelt. Und da kriegen wir dann auch eine Rüstung. Und zwar diese Banditenrüstung. Die müssen wir uns da besorgen. Und da holen wir jetzt noch die Schwere und so weiter. Die ist auch ganz gut. Glaube ich. Naja. Hasta luego, bis zum nächsten Mal. Ich habe es selbst erlebt.